Michael, ich kenne dich, seit du ein Kind warst. Du hast eine Gabe. Hattest du immer. Wenn es eine Heilung für deine Krankheit gibt, wirst du sie finden. Ich hätte schon vor Jahren sterben sollen. Warum bin ich noch hier, wenn nicht um das zu heilen? Ich habe eine seltene Blutkrankheit und mir läuft die Zeit davon. Das könnte meine letzte Chance sein. Du hast etwas vor, was ist es? Es ist nicht ganz legal. Ich will nicht, dass du noch mehr Schmerzen erleiden musst, als ohnehin schon. Das wäre ein Heilmittel. Um welchen Preis? Michael, was ist passiert? Ich war dem Tode nahe. Und fühle mich jetzt lebendiger denn je. Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit. Die Fähigkeit der Echo-Ortung. Und ein übermächtiges Verlangen nach Blut. Wie weit ist es uns erlaubt zu gehen, um etwas zu beheben, das kaputt ist? Bis das Heilmittel... ...schlimmer ist als die Krankheit. Michael Morbius hat es satt, den Gutmenschen zu spielen, hm? Wie geht's, Doc? Das ist tot, dass dein Peuge. Wenn das. Das schwert, das ist tot, dass du dann in der Welt zu testen. Und das ist tot, dass du dann in der Welt warst. Und das ist tot, dass du dann in der Welt warst.